Kapitel 8, Übung A2 Hören Sie ein Gespräch in einem Zeitschriftenladen. Notieren Sie die Namen der Zeitschriften und die Themen. Kann ich Ihnen helfen? Guten Tag! Ich bin gerade erst in Deutschland angekommen und möchte einige Zeitschriften kaufen. Was können Sie mir empfehlen? Wofür interessieren Sie sich denn? Vor allem für Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Dann würde ich Ihnen den Spiegel empfehlen. Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich und berichtet über politische Ereignisse in Deutschland und im Ausland. Die Artikel sind ziemlich lang, aber auch interessant. Ah, hier steht ja auch was über die deutsch-französischen Beziehungen. Diese Zeitschrift nehme ich auf jeden Fall. Und was für eine Zeitschrift ist die dort rechts? Diese hier? Das ist die Geo, eine populärwissenschaftliche Zeitschrift. Sie behandelt Themen aus Technik, Natur und auch Astronomie. In der letzten Nummer habe ich zum Beispiel einen spannenden Artikel über unser Sonnensystem gelesen. Gut, die nehme ich auch. Ach ja, und ich brauche noch etwas für meine Frau. Sie spricht sehr gut Deutsch und liest gern mal eine deutsche Zeitschrift. Vielleicht ist die Brigitte das Richtige für ihre Frau. Sie beschäftigt sich mit Mode, Kosmetik, Familienleben und ein bisschen Psychologie ist auch immer dabei. Sie hat auch Interviews mit berühmten Leuten. Und viele Fotos. Die kaufe ich dann, wenn ich zurückfahre. Jetzt nehme ich erst einmal den Spiegel und Geo. Insgesamt macht das 9,50 Euro. Danke sehr. Viel Spaß beim Lesen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Kapitel 8 Übung A10 Hören Sie die Nachrichten. Was ist richtig, was ist falsch? Kreuzen Sie an. Es ist 8 Uhr. Sie hören die Kurznachrichten. Der deutsche Wirtschaftsminister ist heute nach Moskau gereist. Er trifft sich am Nachmittag mit seinem russischen Amtskollegen zu einem Vier-Augen-Gespräch. Geplante Themen sind unter anderem die Irrtöl-Pipeline und die Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern. Der Minister wird von führenden Wirtschaftsvertretern begleitet. Es soll im nächsten Jahr keine Steuererhöhungen geben. Das teilte heute der Finanzminister mit. Neben seiner Ablehnung der Steuererhöhung sprach sich der Finanzminister auch gegen eine Einführung einer Steuer für Reiche aus. Einige Mitglieder der SPD hatten eine Steuererhöhung für Menschen mit einem Einkommen von mindestens 500.000 Euro im Jahr gefordert. Ich glaube nicht, dass wir mit Extrasteuern für reiche Bürger den Haushalt sanieren können, sagte der Finanzminister heute früh im Deutschlandfunk. Seit zwei Wochen streiken die Ärzte für bessere Arbeitsbedingungen. An den Universitätskliniken in allen großen deutschen Städten werden zurzeit nur Notfälle behandelt. Die Ärztevereinigung Marburger Bund will heute mit den Krankenhausleitungen über eine Honorarerhöhung für Assistenzärzte und eine Arbeitszeitverkürzung sprechen. Wenn die Gespräche positiv ausgehen, nehmen die Ärzte ab morgen ihre Arbeit wieder auf. Eine 41-jährige Verkäuferin verhinderte gestern einen Raub in einem Hamburger Supermarkt. Als ein maskierter Mann an der Kasse eine Kollegin mit einem Messer bedrohte, schlug die Hamburgerin mit einem Besen auf den Räuber ein. Daraufhin ließ der Räuber das Messer fallen und versuchte zu fliehen. Die Flucht endete an der Supermarkt-Tür, weil die Tür um 20 Uhr Automate schloss. Als die Polizei eintraf, konnte sie den Räuber problemlos festnehmen. Und nun zum Sport. Der FC Bayern München gewann gestern Abend das Pokal-Endspiel gegen Eintracht Frankfurt mit 1 zu 0. Bayern-Torhüter Bruno Ball rettete in der zweiten Halbzeit mit einer großartigen Leistung den Sieg für die Bayern. Das Wetter wird heute freundlich bis heiter. Die Tagestemperaturen liegen bei 17 bis 18 Grad. Im Norden ist es überwiegend sonnig, nur in Bayern sind einzelne Regenschauer zu erwarten. Kapitel 8, Übung A16 Lesen und hören Sie den Text. Vergleichen Sie die Trends mit Ihren Vermutungen. Umweltprobleme in Europa Die Europäische Umweltagentur in Kopenhagen fordert in ihrem Jahresbericht verstärkte Maßnahmen in den wichtigsten Bereichen des Umweltschutzes. Der Bericht untersuchte die Umwelttrends in 31 europäischen Staaten. Klima Es gibt immer mehr Anzeichen für eine Veränderung des Klimas. Die Gletscher gehen zurück und einige Tier- und Pflanzenarten in den Weltmeeren sind bedroht. Naturkatastrophen Die Anzahl der Naturkatastrophen hat sich in den letzten Jahren verdoppelt. Die jährlichen Durchschnittskosten für die Folgen der Katastrophen betragen ungefähr 10 Milliarden Euro, mit steigender Tendenz. Energieverbrauch Der Energieverbrauch nimmt weiter zu. Alternative Energien, zum Beispiel Sonnen- oder Windenergie, können helfen, den Rohstoffverbrauch zu reduzieren. Auch im Bereich des Verkehrs müssen die Regierungen neue Konzepte finden. Luftverschmutzung Viele Menschen in europäischen Großstädten leiden unter Luftverschmutzung durch Staub und Ozon. Das hat negative Folgen für die Gesundheit der Menschen. Verpackungsabfälle Auch immer mehr Müll bereitet Probleme. Es gibt zu viele Verpackungen. Die Politik muss etwas gegen die steigenden Verpackungsabfälle tun. Kapitel 8 Übung A24 Phonetik Hören und wiederholen Sie Maschine Kühlschrank Fahrscheinautomat Russisch Schreiben Schreiben Löschen Waschen Waschen Fisch Sprechen Spanisch Sprache Spülen Spielen Stehen Stehen Studie Verstehen Verstehen Streiten Welche Sprachen sprechen Sie? Hast du die Wäsche in der Waschmaschine gewaschen? Der Fischer fischt frische Fische Hast du keine Geschirrspülmaschine? Kapitel 8 Übung A30 Hören Sie zwei Dialoge Über welche Geräte sprechen die Leute? Also Mit dieser Taste können Sie das Gerät ein- und ausschalten Füllen Sie das Gerät zuerst mit frischem Wasser auf Kann ich es auch mit Mineralwasser auffüllen? Oder mit Milch? Nein, das sollten Sie nie tun Gießen Sie immer frisches, kaltes Wasser in den Wassertank Nie etwas anderes Die Wassermenge können Sie hier an der Seite ablesen Sehen Sie hier Ah ja Danach müssen Sie den Filter mit dem Kaffee hier oben einsetzen Hier unten kommt dann die Kanne hin Sie müssen aufpassen, dass auf der Kanne immer der Deckel ist Sonst läuft der Kaffee nicht durch Drücken Sie dann diese rote Taste So einfach ist das? Ja, so einfach ist das Kommen Sie, ich erkläre Ihnen, wie die Maschine bedient wird Es ist nicht schwer Durch dieses Fenster können Sie die Wäsche in die Maschine geben Machen Sie die Maschine immer voll Das ist besser für die Umwelt Ja, aber werden die Sachen sauber, wenn die Maschine ganz voll ist? Aber natürlich Das hier ist der Programmwähler Damit können Sie die Programme auswählen Und hier rechts können Sie die Waschtemperatur einstellen Sie müssen den Schalter nur auf die gewünschte Temperatur stellen Also, das mit der Temperatur verstehe ich ja Aber was meinen Sie mit Waschprogramm? Nun, es gibt verschiedene Programme Für weiße Wäsche, bunte Wäsche oder zum Beispiel Wolle Wolle muss man sehr vorsichtig waschen Ach so Wenn Sie also das Waschprogramm und die Temperatur eingestellt haben Drücken Sie auf die Start-Taste Nach dem Waschen schaltet die Maschine automatisch aus Dann können Sie die Wäsche aus der Trommel nehmen Ist die Wäsche dann ganz trocken? Nein, dazu brauchen Sie einen Wäschetrockner Oh nein, nicht noch eine Maschine Dann nehme ich nur diese hier Kapitel 8, Übung B2 Lesen und hören Sie den Text Wer macht in Deutschland Politik? Das Parlament der Bundesrepublik Deutschland ist der Deutsche Bundestag Er befindet sich in Berlin Seit der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 ist Berlin gesamtdeutsche Hauptstadt und seit 1999 auch Parlaments- und Regierungssitz Deutschlands Der Deutsche Bundestag wird direkt durch das Volk gewählt Eine Regierungsperiode Legislaturperiode dauert vier Jahre Die Regierungsgeschäfte werden von der Bundeskanzlerin vom Bundeskanzler geführt Der Bundestag hat eine Vielzahl von Funktionen Er entscheidet über neue Gesetze und ändert das Grundgesetz die Verfassung Er genehmigt die internationalen Verträge mit anderen Staaten und Organisationen und beschließt den Bundeshaushalt das Budget des Landes Der Bundestag kontrolliert ebenfalls den Einsatz der Bundeswehr der Armee der Bundesrepublik Im Bundestag sitzen ca. 600 Abgeordnete aus verschiedenen Parteien Die wichtigsten Parteien in Deutschland sind Die sozialdemokratische SPD Die konservativen Unionsparteien CDU und CSU Die liberale FDP Bündnis 90 die Grünen sowie die Linke Meistens bilden zwei oder drei Parteien eine Koalition und stellen die Regierung Die Nicht-Regierungsparteien bilden die Opposition Kapitel 8 Übung B5 Lesen und hören Sie den Text Das Reichstagsgebäude Kein anderes Gebäude in Deutschland steht so eindrucksvoll für die Hoffnungen und Niederlagen der deutschen Demokratie Wie das Reichstagsgebäude Am 9. November 1918 wurde vom Balkon des Reichstags die Deutsche Republik ausgerufen Das war der Beginn der sogenannten Weimarer Republik 15 Jahre später brannte das Reichstagsgebäude Das Parlamentshaus und die Demokratie waren zerstört 1945 war der Reichstag das militärische Endziel der Sowjetarmee Die rote Fahne auf dem Gebäude stellte das Symbol der Niederlage Deutschlands im Zweiten Weltkrieg dar Durch den Mauerbau 1961 wurde das Reichstagsgebäude, das an der Grenze zu Ost-Berlin lag, zum Geschichtsdenkmal Damals war der Reichstag nur noch der Ort der Ausstellung Fragen an die deutsche Geschichte und spielte keine politische Rolle mehr Nach der politischen Wende 1990 in Deutschland gewann das alte Gebäude wieder an Bedeutung Am 20. Juni 1991 beschloss der Deutsche Bundestag, das Reichstagsgebäude zum Sitz des Bundestages zu machen Einen völlig unpolitischen Erfolg feierte der Reichstag im Sommer 1995 Zwei Wochen lang kamen Besucher aus der ganzen Welt, um die Verhüllung des Gebäudes zu sehen Dem Künstlerpaar Christo und Jean-Claude ist es gelungen, das in Stoff eingepackte Reichstagsgebäude zum Mittelpunkt eines sommerlichen Volksfestes zu machen Der Umbau des Reichstagsgebäudes begann am 24. Juli 1995 und dauerte fast vier Jahre Im April 1999 eröffnete der Deutsche Bundestag das umgebaute Gebäude mit einer Feier Seit September 1999 finden die Sitzungen des Deutschen Bundestages im Reichstagsgebäude statt Die Sitzungen des Deutschen Bundestages im Reichstagsgebäude Die Sitzungen des Deutschen Bundestages im Reichstagsgebäude